recht herzlich willkommen zu einer neuen partie zu einem neuen projekt und zwar league of legends und das ganze mit jordles und dazu noch mit der kooperation die nicht sofort beginnt etwas später von der dirne und knolle spielt wird dabei sein und ja vielleicht noch der ein oder andere ich glaube der dirner hatte noch zwei söhne die mitmachen wollten und dann schauen wir mal wie sich das so entwickelt so als erstes level 1 nehmen wir jetzt hier auf ich habe mir den amomu genommen gekauft und es ist noch wie sagt man jungfräulicher account könnte man so nennen ja ich glaube ich habe noch nicht mitgespielt den gekauft um mit dem zuerst zu spielen habe ich schon mal testweise probiert der bringer ist er nicht unbedingt aber naja ist eigentlich ganz lustig mit dem zu spielen hatte diverse andere probiert aber das war jetzt nicht so der bringer naja wir müssen mal schauen zurzeit sieht es ja nicht so aus als ob die anderen verbindungen kommen würden aber naja wir werden es abwarten ja es wird so sein dass ich level 1 euch zeigen dann spiel um level 3 und dann wahrscheinlich 57 vielleicht 11 so um den dreh wir werden ja bis 30 dann und dann geht es ja erst richtig schön los das ist unser ziel so heute ist besonders langsam oder wie sehe ich das ping 51 geht eigentlich mit schlimmeres aber erst ein prozent warum keine frage keiner weiß es ja das projekt wann wird es gezeigt gute frage jetzt auf weihnachten würde ich sagen und ich weiß nicht wann noch irgendwie höre ich schon was aber ich sehe noch nichts auch interessant was ist los mit dem spiel startet oder startet nicht weiß nicht ich kein bildschirm oder ist das komisch sehr komisch ok die arena schon da haben wir mit dem aufnahmeprogramm das problem oder wie ist das so nach den tausend schwierigkeiten wir jetzt gerade hatten jetzt doch glück dass es vielleicht geht oder ja wollen wir mal schauen ein paar punkte haben wir dadurch natürlich schon bekommen kommen kommen wir erstmal irgendwas ein und dann laufen wir los wieso brauche ich jetzt mehr geld wenn man schon gekauft wahrscheinlich ist egal wir gehen erstmal zur top lane weil wir dahin wollen ne ja dumm gelaufen das erste spiel und solche schwierigkeiten zehn minuten ist das spiel schon zu gange und ja gegner lachen wahrscheinlich schon wer dir nachher auch wenn er sieht und wir versuchen das irgendwie hinzukriegen allerdings sehe ich gerade schon wow schicke gegner das spiel doch mit mir so gut gut ja ich glaube jetzt müssen wir mal weg sieht nicht gut aus komm schon ein verbündeter wurde getötet ein verbündeter wurde getötet ein verbündeter wurde getötet ein verbündeter wurde getötet genau ist das hier jetzt nicht aktiv gerade gewesen ach so ich musste gar noch kennen alles klar gut warten wir mal bis da irgendwer kommt ne so das sieht jetzt gerade nicht gut für uns aus Spiel doch mit mir okay da kommen die basalen so machen wir den mal an suchen wir uns freinde wieder aus oh da hat er mich wieder eingefroren wahrscheinlich wäre ich jetzt gleich kaputt okay okay das ist nicht gut okay da kommt Hilfe ja ich glaube wir können mal einen Rückzieher machen anders hat das keinen Sinn ne wir müssen erst wieder Leistung kriegen gut aufpäppeln hier können wir schon was machen 600 ja leben oder Rüstung egal nehmen wir erstmal was von mit und dann müssen wir gleich wieder hoch ja wir haben hier Bandagenwurf da werfen wir auf den Gegner schaden den und ziehen uns aber ran Verzweiflung haben wir hier Spiel doch mit mir ist gegen alle Gegner im Umkreis von einem gewissen Feld dann gut dann voll haben wir da da leiden wir weniger Schaden und das letzte ist Fluch der traurigen Mome das ist schon etwas größerer Schaden der davon nicht wird aber das hat eine relativ hohe Abklingzeit ne ja ich würde mal gerne hier reingehen da verstecken wir ins Gras aber ich glaube es ist gerade keiner da ne die sind schon zurückgedrängt so dann wollen wir mal gleich unserem Kollegen hier helfen so ein Gegner wurde getötet ein Verbündeter wurde getötet ne dann müssen wir wieder im Rückzug ein bisschen antreten ein bisschen antreten ok dann die Versauen wieder töten da kriegen wir Punkte für das was wieder am Ende Geld ist so jetzt müssen wir sie besser aus mal zurück gehen da kommt wieder ein Champion ich kann nichts machen sozusagen ok und das ist jetzt unser Verderben da gehen wir besser weg einmal das aus und der kommt nach dann gehen wir auch besser weg ok wohin gehen wir genau das ist eine coole Stimme oder? das sieht jetzt gerade nicht gut aus komm mal mit gut ein Gegner verfällt in Windreinchen ja suchen wir uns Freunde ja da haben wir das jetzt leider nicht geschafft können wir was kaufen die Rüstung gut jetzt müssen wir warten bis wir respawn mhm mhm wir sind auch jetzt hoch ah unser Turm ist noch nicht anfallen sieht gerade aber nicht so toll aus also ok ok das ist echt knuffig die Mumie ne äh hingerichtet hingerichtet ok wann kommt er denn jetzt ah jetzt haben wir ja nie das Falsche gehabt der Gegner hat einen Turm zerstört darf er da jetzt mal endlich drauf hier ups spiel doch mit mir wir müssen aus dem Kreis da raus sonst kriegen wir einen ab kriegen wir den noch? ich glaube nicht oder? aber der Kollege könnte es schaffen der Turm ist zu nah und leider nicht wohin gehen wir? genau besser weg da ja das sieht gerade nicht so gut aus so spiel doch mit mir jetzt machen wir mal den Turm kaputt ich hoffe nur dass wir das frühzeitig noch schaffen ach eine Sekunde zu spät schade das heißt wir kommen gleich da unten wieder raus hm hm mhm mhm kuchen wir das da unten ist irgendwie vorsichtig sollen wir da unten wohl sein und er braucht Hilfe ja gehen wir mal gerade da runter gehen wir mal gerade da runter gucken was da für gebraucht wird das sieht doch jetzt hier nicht schwer aus das sieht doch jetzt hier nicht schwer aus ne ah daneben super ne der Gegner hat schon einen Turm zerstört das hat schon wieder ne meine top lane mid lane und bot lane haben wir oben ist top unten ist bottom und oben in der mitte ist mid lane ist klar ne ok so wir müssen gerade mal ein bisschen ok aber das hat keinen Sinn hier weil da oben fehl ich da müssen wir erst was machen das hat keinen Sinn komm lauf schneller spiel doch mit mir ja wir spielen mit dir nur hier ist das problem so sollten wir eigentlich hinkriegen zu zweit spiel doch mit mir spiel doch mit mir wieder daneben so ein Shit aber auch komm wer sollen wir haben ok weiter geht's ein Verbündeter wurde getötet so jetzt müssen wir mal hier ein paar basalen kaputt machen hey komm zurück ah guck mal er ist da naja zieht sie wieder so weit zurück bis wir dann nicht hinterher kommen suchen wir uns Freunde so unsere basalen sind gut am arbeiten oh spiel doch mit mir und da bin ich wieder kaputt ja schade drum wir kaufen erstmal ein jetzt sollten wir hier noch sowas mitnehmen aber da müssen wir natürlich auch dran denken das zu aktivieren das ist schon wieder die Schwierigkeit ne gleich kommen wir wieder so los geht's auf gehen Norden da ist der Gegner versucht uns hier in Empfang zu nehmen ja so kommen wir nicht mehr wohin gehen wir ein Gegner verfällt im Blutrauschen die sind aber schon ganz schön agil wenn man das überlegt ne und da war er wieder weg und ich war nicht dabei ne und da war er wieder weg und ich war nicht dabei ne nicht geklappt nicht geklappt und er ist mehr weg jetzt gehen wir die kaputt ja und der nächste Turm muss dann noch in den Raum so da sind wir schon und er ist jetzt weg nein dann kriege ich den wieder nicht shit ok das klappt nicht wir sollen hier kaputt machen aber das ist schlecht wir müssen hier hinten wieder hin wohin gehen wir das sieht nicht gut aus sieht gar nicht grad gut aus aber wir müssen Level up machen und gerade hier uns heilen und einen Turm zerstört so 150 Leben wieder herstellen oh da kommt der Gegner komme ich wieder nicht weg ne ja was ist das denn äh ein Gegner wird zum Berserker und da hat es mich erwischt keine Chance ne richtig doof aber was willst du machen äh Rüstung, Mana was kann man denn hier Rüstung, Abstinkzeit, Verrennung das hört sich gut an und das machen wir dann gucken wir dass wir gleich weiter kommen wieder ok ok ja laufen wir ein bisschen schneller wär schön ne ja hier und da ist wieder so ne hört sich nicht gut an Level up wo ist er ok ich den mal ja wir müssen gucken dass wir hier wieder uns erholen spiel doch mit mir zwei Ausmachungen damit wir Mana behalten spiel doch mit mir naja irgendwie klappt es grad nicht so gut aufrücken so dann verlieren die an Energie hier wenn ich mit dieser Wolke komme ja jetzt ist er wieder da ja es gibt keinen anderen Weg naja es gibt keinen anderen Weg genau wo ist er? dann haut er wieder ab ne wenn ich da hinterher gehe kriege ich eine neue Mütze also kann ich bleiben so so jetzt mal ordentlich drauf gehauen hier und den Turm kaputt gemacht und den Turm kaputt gemacht euer Team hat einen Turm zersteht euer Team hat einen Turm zersteht so suchen wir uns Freunde na gucken wir mal zu dass wir das hier schlagen ne da da kommt er wieder geht auch nichts na ich muss hier weg aber schnell sind sie und dann schon wieder kaputt so ein Shit aber auch können wir uns was leisten na das können wir uns leisten der Gegner hat einen Turm zerstört ok da unten bringen sie durch oder was na hier sieht es besser für uns eigentlich aus oder ist die Frage wer rückt da besser durch da unten wie oder hier oben war schon mit der Hilfe ne ja da müssen wir gehen ja suchen wir uns freien ja 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 o o o o so was solltet ihr alleine können oder? spiel doch mit mir muss da jetzt mal rüber irgendwie Da oben werde ich gebraucht, nicht da unten. Okay. Weg. Laufen wir hoch. Guck mal, da ist wieder dieser Tron-Bow. Suchen wir uns Freunde. Komm weg da. Dieser Saiyan vor. Gibt's lauber aus, ihn wieder an. Also der... Da ist schon ziemlich gut. Kriegt er auch nicht hinterhergerand jetzt. Alles geht nicht, ne? Läuft er wieder weg? Wir kommen mir da nicht nach. Ein Gegner, der nicht. Kriegt Sinn? Mann, das kann doch nicht sein, oder? Noch ein Schlag und du hast ihn. Komm, dann wollen die hinterherlaufen. Können wir weiter. Hallo? Hallo? Ein Verbündeter wurde getötet. Jetzt muss ich erst hinter der Vasallenrenze und dann geht's los. Okay. Suchen wir uns Freunde. Gut. Unaufhaltbar. Genau, unaufhaltbar sind wir. So, jetzt mal schnell weg. Keine Chance mehr, aber wieder zu lahmarschig. Dann können wir wieder warten. 36 Sekunden laufen da. Ne, die Bots sind richtig gut, wa? Achso, wir können noch in den Shop gucken. Dann können wir das grad fertig machen hier. Magieresistenz. Was soll man denn erleben? Grundwerte für Lebensregulationen plus 16 Leben alle 5 Sekunden. Das hört sich gut an, oder? Machen wir das weiter. Und auf geht's. Ah, die anderen sind da in der Mitte auf jeden Fall schon besser unterwegs. Okay. Okay. Okay, süß. Ah, hier sind schon die anderen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, das war jetzt. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Spiel doch mit mir. Okay. So, da kommen jetzt grad viele. Aber das sollte es hier jetzt nicht sein, oder? Kommen wir mal den mal an hier. Ja. Wohin gehen wir? Ich finde das so cool, ey. Okay. Und weiter geht's. Nächste Welle. Gleiche Stelle, oder wie war das? Wohin gehen wir? Ah, da ist er. Wohin gehen wir? Genau. Oh. Oh, danke. Oh, das sah jetzt ein bisschen besser diesmal aus. Oh, ich glaube ich bin im Kreis. So, jetzt aber. Gut, und dann machen wir das nächste auch noch hier. So ein, wie heißt das Ding? Und den aber ordentlich. Ah, da kommt einer, aber ich haut trotzdem weiter drauf. Oh. 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 Komm. Oh, da ist wieder der Dicker. Das ist ja nicht wahr, ne? Kaum zu glauben. Und dann sind sie aber alle an gleicher Stelle da. Keine Chance. Was? Euer Team hat einen Turm zerstört. Unser Team hat einen Turm zerstört. Schön, ne? War das hier richtig? Ja. Ein Verdündeter wurde getötet. Äh. Rundanfall. Ja, der ist auch nicht schlecht. Verzweiflung ist vielleicht wichtiger. Kann man gleich zweimal steigern. So, komm. Respawn. 17 Sekunden noch. Ja. Sieht's gut aus, ich weiß es nicht. 2, 1, go. Eigentlich hätte ich mittig durchgehen sollen, ne? Komm, machen wir noch. Ah, hier ist schon der Turm angegriffen worden mal. Der ist weg. Wohin gehen wir? Ja, wunderbar. Gute Frage, ne? Wo wir hingehen. Da, wo es weh tut, ne? Ah, da ist wieder dieser Jondel. Suchen wir uns Feinde. Suchen wir uns Feinde, genau. Okay. So, alle angreifenden, die hier sind. So, alle angreifenden, die hier sind. Immer schön verteilen. Oh, guck mal das. Ah, super. Den machen wir mal grad schnell kaputt. Der Team hat einen Inhibitor zerstört. Genau. Spiel doch mit mir. Da oben ist einer. Zwei. Kommen wir mal hier weiter. Der Team hat einen Inhibitor zerstört. Nein, komm zurück! Ah, der Turm hat lieber auf den... Shit, aber sowas doofes aber auch. So. Hier geht... noch nix. Sehr schön, wenn wir da jetzt rüberkommen. Aber... Ich glaub, die brauchen auch keine große Hilfe mehr, ne? Ich glaub, wir kommen da nicht mehr an, bevor hier die Partie zu Ende ist. Bin ich davon aus. Komm schon, Respawn. Drei, zwei, eins, go. Das war's. Okay. Gut, dann würde ich sagen, spiele ich ein bisschen weiter. Bis wir irgendwie in Level 3 kommen, dann geht's ja anders weiter. Und ja, dann, wenn wir in Level 3 sind, nehmen wir wieder eine Folge auf. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Was dann? Tschüüüss! ut Not Not Untertitelung des ZDF, 2020